Ja Leute, herzlich willkommen in unserem ersten Video hier auf YouTube, bei unserem YouTube-Kanal. Wir fangen jetzt an. Es geht quasi los. Was erwartet euch in nächster Zeit? Auf jeden Fall werden von uns Videos komplett um das Thema Fitness und Gesundheit gepostet. Wir werden euch Themen zum Training allgemein, zur Ernährung, zu Nahrungsergänzungsmitteln, zum Thema Fitness und Thema Gesundheit, Vorträge und sonstiges posten. Das ist jetzt mal unser Willkommensvideo. Ihr dürft gespannt sein. Was wir euch ins Herzen legen, ist noch, falls ihr Wünsche habt, Anregungen habt, einfach in die Kommentare dann schreiben, was euch mal so interessieren würde. Nahrungsergänzungsmittel, Trainingspläne, Abnehmus, Aufbau, egal um was es sich handelt. Wir versuchen unser Bestes, euch da dann die nötigen Infos und Antworten zu liefern. In der nächsten Zeit, wie gesagt, werden dann regelmäßig die Videos folgen. Folgt uns da. Uns würde es freuen, auf YouTube, jetzt im Kanal, bei Google+, Facebook, bei allen eben Social Media Plattformen, die es jetzt eben so gibt. Wie gesagt, wir freuen uns. Auch gerne die Kommentare daneben und die Themen, die ihr dann haben würdet. Und ja, ihr dürft gespannt sein.